Heavenly Sword Folge 20. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Moment mal, warum sind da jetzt so viele Tage zwischen Folge 19 und Folge 20 vergangen? Uns ist ein Malheur passiert oder beziehungsweise gleich eine Reihe von Malheurs. Ging's etwa in die Hose oder was? Richtig. Zum Ersten, wir hatten in dieser letzten Session gedacht, wir spielen uns einfach noch diesen Bosskampf fertig und dann hetzt das mit dem Spiel. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt so müde und kaputt und aggro, wir haben diesen Bosskampf einfach nicht geschafft und dann dachten wir uns, okay, das bringt nichts. Wir schicken den Fritz ins Bosskampf-Bootcamp, dass er die ganzen Skills sich drauf schafft, um diesen Bosskampf zu schaffen. Dann haben wir ihn aber aus Versehen in so ein Bootcamp für schwer erziehbare Kinder geschickt, was auch so im Privatfernsehen kommt. Und erst als da schon vier Folgen von dem Fernsehen kamen, haben wir es gemerkt. Jetzt ist er wieder hier, kann Bohan kaputt machen. Hoffentlich. Also ich habe es noch nicht geschafft. Das ist ja die Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt. Aber sie stirbt ja in der Regel theatralisch. Wir müssen zuallererst, so viel glaube ich ist inzwischen halbwegs klar, dafür sorgen, dass das Spiel halbwegs flüssig laufen kann. Und das geht nicht, wenn hier massenhaft Deppen rumrennen. Das ist ein bisschen blöd. Man muss hier halt aufräumen. So unglaublich langsam, das kann es verziehen. Ich finde das trotzdem total putzig, wie die jetzt alle brav von A nach B laufen und offenbar nur die Relieanweisung bekommen haben. Nicht kämpfen, nur laufen. Weil irgendwann sind sie ja dann alle drüben im Wart. Ja, ja, und stellen sich dann auf. Ich laufe weiterhin vor ihm weg. Ich hoffe, dass die hier alle irgendwann mal fertig sind. Aber er hilft ja auch. Also er ist ja nicht so, als würde er Tauge nichts mäßig da rumziehen. Ja, shit, den habe ich nicht gesehen. Dass er jetzt mit seinem komischen Zauberangriff hier kommt. Wie sind es denn noch? Weil das ist nämlich der Kniff. Dass man die Die Dinger zurückschießt. Zurückschmeißt. Seine, seine Kügelchen da. Den Dreck. Komisch, jetzt greift er ständig mit denen an. Das hat er beim letzten Mal nicht so permanent gemacht. So aufdringlich. Immer mal was Neues. Ah, ich dachte nicht. So, jetzt machen wir deine dummen Fernangriffe, du. Oh. Jetzt stürzt halt rum. Wow. Da war deine Schulter berührt. Nö, oder? Oh. Wow. Hat aber gleich ganz schön böse ausgeteilt. Wow. Alter, Falder. Was für ein Fatzke. Ja. Der ist hier so rumgeheulen. Rumgeheulen. Ach, ich merke gerade, dass das Gamepad mit der eingedrückten Taste ist. Ich hoffe, das ist das letzte PlayStation Spiel, was wir spielen. Also PlayStation 3 spielen. Ja, das Sony-Konzern ist pleite. Ihr habt das zuerst erfahren. Folgen, wie die andere Hälfte ruft, oder? Juhu. Hör, wo ist denn der aufgetaust gesehen? Ist gar aus nichts gekommen. Komm, mach deine Fernanbüche. Das ist jetzt aber echt gut raus. Da hat das Bootcamp was gebracht. Ich trau mich da nicht ran. Nee. Nee, 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 nee. Der haut mich. Mit den blauen kann man die gar nicht treffen, oder? Ich glaube schon, dass das geht. Nur ist halt echt immer so ein bisschen ein Kampf. Oh, oh, scheiße. Ah, lass dich da nicht drauf an. Ja, ja, das ist, glaube ich, ein Fehler. So. Ach, schon wieder. Jetzt traut er sich nicht, weil er merkt, hier kommt was zurück. Das sind sie, so die Schulhof-Bullis. Das weißt du ja jetzt von dem anderen Bootcamp. Ich bin ausgetauscht mit denen. Der schwer erziehbare Kevin. Und der schlecht zu integrierende Yusuf. Mann, seid ihr dann fertig hier? Entscheidet euch halt mal für eine Seite. Die laufen auch wahrscheinlich immer noch so hin und her. Nee, mein Kumpel steht aber da drüben. Jetzt will ich aber da rein. Es ist ja so geil, wenn du so eine alte Dame da stehst. Die dann da so durchbegleitet. Mit dem Rollator. Achtung. Jetzt kommt der Schuss. Boah. Nein. Hast du gehört? Jetzt hat er noch so fies gelacht. Den einen Typen erwischt es noch. Ja, das war auch ein Scheiß-Chef. Ja, das war auch ein Scheiß-Chef. Ja, hallo. Denkt immer noch mal so ab, dass die genau noch mal in seine Leute reinfliegen. Jetzt. Ach, für die Blau muss man vielleicht ein bisschen näher dran sein, damit er da nicht ausweichen kann. Oh, jetzt hier. Ich bin die Heide mit dem Pfosten. Jetzt kommt der halbe Wagen hier noch mitgeflogen. Aber guck mal, ein paar geben immer noch nicht auf. Ein paar wollen es nicht gelernt haben. Nein, lass mich nicht auf das Spielchen ein mit dir. Um es mit den Worten aus dem Bootcamp zu sagen, lass dich nicht produzieren. Komm schon. Ah. Da war ein Fehler drin. Ah, shit. Shit, shit, shit. Ausgewichen. Ja, komm. Ja. Schön. Na, krass. Nein, nein, geh doch weg. Mariko, was machst du denn? Ich bin immer noch so hämisch lacht. Mach deinen Fernand. Boah. Ja, vielleicht nicht so. Steht hier auch wieder mächtig im Weg rum, Jungs. Ging das daneben oder war das ein Treffer? War das ein Treffer? Ich glaube, du bist ausgewichen. Man sieht das ja kaum. Man weiß ja nicht, was sie hier machen. Arsch. Nein. Er ist auch nicht betäubt. Doch, 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 doch. Geh weg. Oh, nein. Ah, falsch, Tasse. Oh, nein. Schummelt hier, Kollege. Wenigstens ist das lustig, die Kollegen weggehauen. Schön, ja. Scheiße, ich hab schon wieder weniger Lebenspunkte als er. Was soll denn der Scheiße? Hä? Der Schuld? Sehr knapp. Der war scheiß doch. Dabei kriegt er ständig ins Gesicht. Nee, umdrehen. Sogar die Kamera ist gegen uns. Wenn ich jetzt im Bosskampf diese blöden Superangriffe nutzen könnte, könnte ich halt auch was machen. Aber darf ich ja nicht. Weil Bosskampf wäre auch fies. Ey. Ah, fuck. Mach halt deine Fernangriffe. Und zwar so, dass ich was dagegen machen kann. Muss man dann einen gewissen Mindestabstand irgendwie? Oder darf man dann einen gewissen... Ja, also er ist zu weit weg jetzt gerade. Aber die sind auch gar nicht so wild. Schön. Ich will die haben, wenn er schwebt. Weil die mehr Schaden machen. Ah, jetzt ist es, jetzt ist es, schnell, schnell, schnell. Und Dreieck dann drücken. Diashow Deluxe. So, wie er erinnert jetzt irgendwie seine Angriffe? Äh, dann gibt's Haue. Ja, egal. Ja, lass dich da nicht verarschen. Nein, 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 nein. Du bleibst schön weg. Er hat's hier nicht die Deko im Gesicht. Fast. Ja, ich dachte, er hat's getortet. Ja, ich dachte, er hat's getortet. So allgemein vom Leben. Ach, die wieder. Was soll denn das? Wenn man wenigstens wieder ein bisschen Leben zurückbekommen würde oder so. Irgendwas. Ehe, wenn der das jetzt noch rumreißen kann, dann ist er aber... Das dachten die Piloten vor Luke Skywalker auch alle. Fast da, fast da, fast... Geh weg, schieß deinen blöden Baller. Sprachzentrum vollkommen offline. Kaputt. Jetzt nimm's halt. Nimm's. Hey, das war schon hin. Ach, du musst den noch finishen, oder? Der ist eigentlich schon tot. Eigentlich ist er schon hin. Das ist jetzt wieder, wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Jetzt aufgepasst. Mehr Frames. Bitte mehr Frames. Eiertreffer. Eierhacker. 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 Überraschung. K.O. Nee, Double K.O. Boah. Wir verunsichern... Beim ersten Versuch. Wir verunsichern unsere Fans total. Du so geskillt, Daniel so geskillt. Hurray, man. Irgendwas. Oh, und letztes Entwickler-Video vorgeschaut. Oh, nein. Don't let me die, like this. I could accomplish so much. Oh, please. Spare me! I beg on you! No! Tutti, 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 wake up. I don't go to sleep. Oh, she's like you. My son. I'm gonna take care of you now. Tutti, please. Please let me take him home. O-o-o-o... ooooowooow... ooooowooow... oooowoo ooo waa痤 ooooo kay. Das war's. You are truly the one sent from heaven, Natico. You were chosen. No. I chose. I chose my own way. And those of us who have died for this sword have died in vain. I'm not sent from heaven, Father. And neither is the sword. I chose my own way. Noriko. 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 Keep the sword safe. Hide it. Many people will try to take it from you. Will you do this for me? Yes. Yes, I will, Noriko. Father. Take care of Kai. And I will, I swear, Noriko. And a great warrior will be born. One that will lead our people out of darkness and show them the way to the promised land. And that you did, Noriko. That you did. You freed us. The promised land is here and now. The leaf can change worlds, shape lives, but it can also make us blind. Only you saw clearly, Noriko. You saw the truth about the sword. Others worshipped it. Murdered for it. But you mastered it. And all that strength, all that beauty was your own. I won't let you down, Noriko. I'll keep the sword safe. Maybe even forgotten. But I'll always remember you. Farewell, Noriko. May we meet again in a better world. May we meet again in a better world. May we meet again in a better world. ,'... Dramatisch. Schade. Aber cool. Cooles Spiel. Würdest du insgesamt so weit gehen, dass es jetzt in meiner Ninja Theory Hitliste nicht ein Enslaved schlägt und mir gefiel auch das Kampfsystem von DMC besser. Aber wie gesagt, man merkt halt, wo die herkamen und wo sie dann hingegangen sind. Du musst bedenken, aus der Anfangszeit der PS3-Technologie, das merkt man dem Spiel ja auch an. Ich tippe mal, dass die Hälfte der Entwicklungszeit oder sogar noch länger werden die gar nicht gewusst haben, was für eine Technik wird überhaupt in der Konsole drinstecken. Auf was soll man so das hinoptimieren? Ja, aber es ist doch ein schönes Spiel, oder? Also ich finde, das kann man mal gesehen haben. Das haben in den Kommentaren viele geschrieben, dass das Ätzende in dem Spiel so eine komische Schwierigkeitskurve hat, dass wir jetzt natürlich auch auf die harte Tour rausfinden mussten. Und man kann sich irgendwie bis zu dem letzten Bosskampf so durchmogeln, aber dann muss man es halt mal verstanden haben, wie es funktioniert. Aber es ging ja jetzt auch, haben wir ja auch hinbekommen. Nee, fand ich gut. Ich habe das auch ehrlich gesagt, für mich war das kein Spiel, was ich jetzt das Gameplay wegens irgendwie sonderlich toll finde. Klar, die Kämpfe und so, das macht schon Spaß, ist auch irgendwie alles größtenteils ganz nett, aber es hat auch ganz viele Macken. Aber für mich sind es halt wirklich so die Figuren und die Erzählungen. Es hat ja auch nicht, ich meine, du hast dieses Startgebiet, dann gehst du zu dem Turm, dann gehst du wieder weg vom Turm und dann war es das. Da ist ja eigentlich nichts drin, du hast ja nicht, man würde ja irgendwie erwarten, okay, dann kommt noch der Level mit der Höhle, dann kommt noch der Level mit den grünen Dschungelumgebungen oder sowas, dann kommt noch der Level mit das und das ist ja alles nicht da. Ist ja komplett raus. Und trotzdem? Ich glaube irgendwie immer noch nicht so recht, dass dieses Hellblade gar nichts damit zu tun hat. Ich kann mir das nicht... Ja, das ist halt ein ähnlicher Stil, ne? Na gut, sie werden das geschichtenmäßig nicht aufeinander aufbauen, weil wer hat schon Heavenly Sword gespielt? Ja, aber theoretisch könnten sie doch sowas machen wie, dass es eben in der gleichen Mythologie existiert, dass es halt... Die eine ist halt die Hüterin des himmlischen Schwerts und die andere ist dann die des Höllenschwerts oder so. Ist ja auch egal im Grunde genommen. Sie werden halt diesen Look benutzen, weil das einfach ihr Look ist und ob das nur in derselben Welt spielt, was wissen wir dann über diese Welt? Sind ja jetzt eh alle tot. Ja. 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 Das stimmt. Überraschend, dass sie den Bohan nicht getötet hat, sondern dass sie den gehen hat lassen. Ja. Sehr nobel. Ja. Der war super. Wir waren alle. Ja. Ich habe übrigens Scheiße erzählt, diese Whiptail, Whiplash, wie hieß die? Whiptail. Die ist gar nicht Claudia Black, die klingt nur sehr ähnlich. Stand da gerade. Namen vergessen. Das war es jetzt so mit Heavenly Sword für uns an dieser Stelle. Wie sieht es aus? Wollen wir die Zusatzsachen noch so ein bisschen durchgucken, ein bisschen mitkommentieren? Wir können euch noch eine Bonus-Folge geben. Da sind nämlich auf dieser DVD noch so Making-of-Sachen drauf. Wir gucken die einfach mal so ein bisschen. Und quatschen ein bisschen. Und quatschen drüber. Unangenehm drüber. Genau. Aber auch da gibt es Untertitel, womit ihr quasi das Beste erhalten könnt. Und auf der DVD sind übrigens auch die ersten beiden Folgen von so einer Animationsserie, die die Vorgeschichte von Heavenly Sword so ein bisschen erzählen. Aber es sind nur zwei Folgen, weil bis zum Druck der Blu-Rays damals waren erst die ersten beiden fertig. Und die anderen gibt es aber auch im Netz, beziehungsweise alle fünf Folgen gibt es im Netz. Wer sich also irgendwie in diese ganze Heavenly Sword-Welt ein bisschen reinschauen will, und ich tippe mal, da ist wahrscheinlich drin, wie Kai und Nariko zusammengekommen sind, der kann die einfach mal sich zusammen googeln und findet die sicherlich bestimmt ganz nett. Die werden wir nicht gucken, weil ja, das ist dann auch ein bisschen zu viel. Wir gucken eher so ein bisschen so noch die Artworks und die Making-ofs und schauen, die Schauspieler, die wir toll finden, jubeln denen noch kurz zu und sagen so, guck mal da, guck mal da. Und das machen wir. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Genau. Und von allen, die sich das nicht mehr antun wollen. Ach guck mal hier, Animated Series. Da ist es nochmal. Ja. Von denen können wir uns an der Stelle hier verabschieden. Genau. Bleibt uns doch treu. Abonniert uns doch. Ich weiß nicht genau, ob da noch irgendwas kommt. Vielleicht lassen wir die Special Thanks noch durchlaufen. Ob noch eine Nachklappe kommt. Nicht, dass irgendeine Nachklappe oder sowas kommt und wir das verpassen. Wie Nariko zu den Avengers rekrutiert wird. Nee, den Höllenmodus. Weil es war jetzt am Ende auch nicht schwer genug. Das ist höllendämlich. Kartmann, hör auf dauernd Höllen zu sagen. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Bonuskram. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.